Alexander Stepanov, ich glaube, der wohl überraschendste und überraschteste deutsche Meister des Tages. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe es auch nicht gedacht. Ich habe echt hart trainiert und habe es ehrlich ausgezahlt. Ja, Dankeschön. Ja, was hast du dir denn eigentlich für dieses Wochenende ausgerechnet? Was war das Ziel? Also die Medaille war schon das Ziel, aber das erste Wetter habe ich nicht gedacht. Also vielleicht in der besten schnellere Zeit war auch noch gut gewesen, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ja, man merkt, du bist richtig sprachlos noch. Ja, das war schon mein Traum immer. Und ich habe es einfach geschafft, aber man darf halt nicht lockerlassen, weitermachen. Ja, es ist ja für die meisten eine recht kurze Saison, weil eben ziemlich viele Highlights anstehen. Kannst du mal kurz noch da? Ja, du bist gerade ein bisschen aus dem Bild gewandert, weil einfach super viel ansteht. Was sind denn jetzt deine Ziele so für den Sommer? Mein Abi machen. Das muss ich noch machen, ja. Und ja, gesund bleiben. Das ist das Wichtigste. Das ist mein Ziel. Dann viel Erfolg fürs Abi und gesund bleiben ist immer ein gutes Ziel. Vielen Dank, ja. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.